Diese Akkumotorsensen sind vom Himmel gefallen. Egal, ob du an Wunder glaubst oder nicht, lass dich auf die Magie dieser Geräte ein. Wir haben die drei hochwertigsten Modelle in jeder Preisklasse gefunden und gemeinsam mit dir finden wir das passende Produkt für deine Bedürfnisse. Wenn du weitere Infos brauchst, check einfach unsere Videobeschreibung. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um den perfekten Überblick zu erhalten. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Polituo Motorsense. Dieses fantastische Gerät ist mehr als nur ein einfacher Rasentrimmer. Es ist dein neuer bester Freund für die Gartenpflege. Stell dir vor, du kannst über 300 Quadratmeter mit nur einer Akkuladung trimmen, ohne dass du dich mit einem Choke oder einer Zugschnur herumschlagen musst. Das klingt doch schon mal großartig, oder? Mit dem voll aufgeladenen 2.0 Ampere Stunden Akku hat die Polituo Motorsense genug Power, um dir diese Leistung zu liefern. Ein weiterer großer Vorteil dieser Motorsense ist ihr Gewicht. Sie wiegt nur 2,2 Kilogramm. Das bedeutet, dass sie nicht nur leicht und handlich ist, sondern auch von älteren Menschen oder Frauen problemlos verwendet werden kann. Du wirst erstaunt sein, wie mühelos und effizient du deinen Rasen pflegen kannst, ohne dabei müde zu werden. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Sense auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Stihel Akku Motorsense. Die Stihel Akku Motorsense besticht durch ihre beeindruckende Leistung. Mit einem Schnittkreisdurchmesser von 230 mm ist sie ideal für eine Vielzahl von Aufgaben, sei es das Trimmen von Rasenkanten, das Schneiden von Unkraut oder das Pflegen größerer Grünflächen. Die kraftvolle Akku-Technologie sorgt dafür, dass du dich nicht mit Kabeln oder Benzin herumschlagen musst. Einfach den Akku laden und loslegen. Ein herausragendes Merkmal dieser Motorsense ist der verstellbare Schaft. Dies bedeutet, dass du die Länge des Schafts an deine Körpergröße und deine Arbeitsposition anpassen kannst, was den Komfort und die Ergonomie erheblich verbessert. Egal ob du groß oder klein bist, mit der Stihel Akku Motorsense arbeitest du stets bequem und effizient. Die integrierte Batterie ist nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Im Vergleich zu benzinbetriebenen Geräten produziert diese Motorsense keine schädlichen Emissionen und ist zudem deutlich leiser. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Einhell Akkusense Agillo, vorstellen. Beginnen wir mit dem Herzstück dieses Geräts, dem Pure Power Brushless Motor. Dieser wartungsarme Motor sorgt nicht nur für maximale Leistung, sondern auch für eine längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürstenmotoren. Stell dir vor, wie viel Zeit und Nerven du sparst, weil du dich nicht mehr mit häufigen Wartungen herumschlagen musst. Einfach mehr Power, länger und zuverlässiger. Ein weiteres Highlight der Agillo Akkusense ist der universell einstellbare Zweihandgriff. Egal ob du groß oder klein bist, links- oder rechtshändig, dieser Griff lässt sich perfekt auf dich einstellen und liegt sicher und komfortabel in der Hand. So kannst du auch längere Zeit arbeiten, ohne dass deine Arme müde werden. Komfort und Sicherheit sind hier perfekt vereint. Das Spindle-Lock-System macht den Wechsel der Schneidgarnitur kinderleicht. Das hochwertige 3-Zahnmesser durchdringt mühelos das dickste Grün und die Fadenspule mit Tippautomatik sorgt dafür, dass du stets die optimale Fadenlänge hast. Kein lästiges Nachjustieren mehr. Einfach draufdrücken und weiter geht's. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Akkumotorsense. Basis